Hallo und herzlich willkommen bei CDU TV. Bei uns geht es heute um das Thema Verschwörungstheorien und wir haben uns eine Expertin dazu eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich die Autorin Katharina Nokun. Liebe Frau Nokun, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen und uns für dieses Interview zur Verfügung stehen. Vielen Dank, hallo. Hallo. Frau Nokun, Sie haben zusammen mit der Psychologin Pia Lamberti das Buch Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unsere Denken bestimmen, geschrieben. Was war der Antrieb dafür? Ja, der Antrieb war ein ganz praktischer und zwar war meine Erfahrung, dass man in der politischen Arbeit, egal was man macht, ob man jetzt Infostand für die Partei macht oder aber sich in Vereinen organisiert, früher oder später in Kontakt kommt mit Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben. Und klar ist ja auch, und das wissen wir durch die Attentate der letzten Jahre leider nur allzu gut, dass Verschwörungsmythen gerade in der rechtsextremen Szene eben eine ganz große Rolle spielen für die Radikalisierung von Tätern. Und daher haben wir uns zusammengesetzt, um unsere beiden Perspektiven auf das Thema zusammenzubringen. Also einerseits, was macht das Internet beispielsweise bei dieser Frage, wie verbreiten sich Verschwörungsmythen heute in sozialen Netzwerken? Und andererseits natürlich die Frage, naja, was sind die psychologischen Hintergründe? Warum ist so etwas so anziehend für so viele Menschen? Fangen wir mal mit dem Grundsätzlichen an. Sie sprechen lieber von Verschwörungsmythen als von Verschwörungstheorien. Was ist der Grund dafür? Naja, der Theoriebegriff, der kommt aus der Wissenschaft und eine Theorie muss falsifizierbar sein. Das heißt, man muss zumindest theoretisch in der Lage sein zu überprüfen, ist das wahr oder falsch? Und bei Verschwörungstheorien ist es meistens so, dass es sich um ein Glaubensgerüst handelt. Und oftmals berufen sich diese Menschen auf Belege, die bei genauerem Hinsehen eben keine sind, beziehungsweise aktuelle wissenschaftliche Studien werden einfach ignoriert. Siehe beispielsweise Menschen, die glauben, die Erde wäre eine Scheibe. Das ist ja wissenschaftlich eindeutig bewiesen. Und von daher wollten wir den Theoriebegriff ganz bewusst nicht benutzen, weil man das damit, also wissenschaftliche Hypothesen oder wissenschaftliche Theorien mit Verschwörungserzählungen auf eine Stufe heben würde. Und das halten wir nicht für richtig. Wie kommt es denn dazu, dass Menschen fest an solche Mythen glauben? Also welche Faktoren spielen da eine besondere Rolle? Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen an Verschwörungsmythen glauben. Eine Rolle spielt das Gefühl von Kontrollverlust. Wir wissen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Menschen in Situationen, in denen sie das Gefühl haben, sozusagen die Kontrolle über ihr Leben entgleitet ihnen, dass sie da anfälliger sind, dass sie eher Muster sehen, wo keine sind. Und in der Pandemie haben wir alle das Gefühl, naja, wir verlieren so ein bisschen die Kontrolle über unser Leben, wirtschaftliche Unsicherheit, ganz große soziale Umstellungen auch. Und das führt dazu, dass in solchen Situationen Menschen, die sonst eher nicht solche Inhalte verbreiten oder teilen, anfälliger werden. Und das muss uns allen bewusst sein und da müssen wir auch genau hinschauen im Freundes- und Familienkreis und da sehr wachsam sein. Welche psychologischen Funktionen haben denn solche Mythen für ihre Anhänger? Ja, es gibt unterschiedliche Faktoren. Also wenn wir jetzt von einer Kontrollverlustsituation ausgehen, dann kann der Glaube an so eine Verschwörungserzählung dazu führen, dass sie einem sozusagen irgendwo Halt gibt. Ja, also wenn man an eine große Verschwörung glaubt, hat man nicht unbedingt eine rosigere Sicht auf die Welt, aber man hat zumindest das Gefühl, es gibt eine Struktur und man glaubt, man könne klare Schuldige benennen. Und das hilft einigen Menschen dann, mit solchen Situationen umzugehen. Andererseits ist es so, dass der Glaube an Verschwörungen natürlich auch etwas mit Menschen macht. Das heißt, indem ich glaube, ich habe quasi eine verborgene Wahrheit entdeckt, vielleicht gemeinsam mit einer kleinen Gruppe. Ich bin wissend, alle anderen sind schlafend. Sozusagen erhebt man sich ja auch über andere. Und das kann durchaus ja auch ein attraktives Gefühl sein, dass man auch nicht verlieren möchte. Und deshalb ist es manchmal auch so schwierig, Menschen aus verschwörungsideologischen Gruppen rauszuholen. Also für Angehörige ist das oftmals ein sehr langer Kampf, weil diejenigen auch dieses Gefühl oft nicht verlieren wollen. Also man erzählt sich da quasi auch eine eigene Heldengeschichte. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass es zu Fehlwahrnehmungen und Fehlinterpretationen von Informationen kommt. Wie geht es vonstatten? Ja, oft glauben Menschen, dass Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, so, weiß nicht, Wahrnehmungsverzerrungen hätten. Und teilweise kann man sagen, ja, das stimmt, aber teilweise muss man sagen, naja, in einigen Bereichen haben diese Menschen weniger Wahrnehmungsverzerrungen. Es gibt nämlich so etwas wie den Experten-Bias. Das besagt eigentlich nicht mehr und nicht weniger, dass wir alle Menschen eher vertrauen, denen wir wissen, dass sie Experten sind. Beispielsweise international anerkannte Virologen oder eben, sie haben das studiert oder sind Professor, Doktor. Diesen Menschen vertrauen wir mehr. Und Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, das haben Studien gezeigt, weisen diesen Experten-Bias oft weniger stark auf. Das bedeutet heruntergebrochen, sie glauben ihrem Nachbarn bei einem bestimmten Thema, wie beispielsweise aktuell der Pandemie. Also sie halten diese Meinung für gleichwertig zu der eines Experten. Und es kann natürlich auch sehr problematische Auswirkungen haben, wenn man beispielsweise dann Menschenvertrauen schenkt, die sich eigentlich mit der Thematik überhaupt nicht auskennen. Wer sind denn jetzt genau diese Menschen, die dafür, für diese Verschwörungsmythen sehr anfällig sind? Also gibt es ein bestimmtes Muster? Ja, die Neigung an Verschwörungsmythen zu glauben, das zieht sich quer durch die Gesellschaft. Also es gibt keine großen Unterschiede zwischen Ost und West. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen den Altersgruppen. Studien deuten darauf hin, dass Männer so ein bisschen anfälliger sind als Frauen. Prekäre Jobs können auch eine Rolle spielen, wobei da natürlich auch dieser Kontrollverlust-Effekt reinwirkt. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann wenig in meinem Leben steuern, ich habe eine geringe Selbstwirksamkeit erfahren, dann können solche Mythen eher anziehend wirken. Insgesamt muss man aber sagen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Also auch wenn Studien zeigen, dass rechtsextreme, rechtspopulistische Gruppen dann höhere Affinität unter ihren Anhängern aufweisen, muss man sagen, es ist ja auch, also niemand ist davor gefeilt, in seiner Familie eben auch in Situationen zu kommen, wo Menschen Verschwörungsmythen verbreiten. Und das muss uns allen einfach klar sein, dass das teilweise auch auf sehr menschliche Veranlagungen zurückgeht, die wir alle in uns tragen, die besonders in Krisensituationen eben eine ganz besondere Rolle entfalten. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass man Verschwörungsgläubige kaum mit Argumenten, mit Fakten überzeugen kann. Wie geht man damit um? Also wenn Menschen noch nicht völlig, sage ich mal, ins Kaninchenloch gefallen sind, also noch nicht ein geschlossenes Weltbild haben, dann kann man durchaus mit Faktenchecks arbeiten, auch inhaltlich argumentieren. Je mehr sich Menschen allerdings radikalisieren, beispielsweise zunehmend von einer großen Verschwörung überzeugt sind, die Presse, Wissenschaft, Politik, Medien steuern würde, desto mehr kapseln sie sich auch ab. Und Angehörige berichten oft, dass auch der Kontakt dann irgendwann abgebrochen wird, dass irgendwann dann auch eher Kontakt zu neuen Bezugsgruppen gesucht wird, die dann beispielsweise Ähnliches glauben. Und wichtig ist aber, sich klarzumachen, dass Angehörige, das Umfeld, Freunde, Familie oft noch die einzigen sind, die überhaupt eine Chance haben, zu Verschwörungsgläubigen durchzudringen, die eben in so einer Radikalisierungsspirale sind. Und da ist es wichtig, eben am Ball zu bleiben. Und selbst wenn man das Gefühl hat, inhaltlich ist es schwer zu diskutieren, macht es oft Sinn, zumindest zu signalisieren, hey, ich bin da für dich. Und statt, sag ich mal, auf Angriff zu gehen in Diskussionen, macht es auch mehr Sinn, einfach auch mal zu sagen, so hey, du bist mir wichtig, ich mache mir Sorgen um dich. Ich halte diese Pandemie für gefährlich, auch wenn ich weiß, dass du das anders siehst, aber ich mache mir Sorgen um dich und deshalb lass uns darüber reden. Das ist ein ganz anderer Gesprächseinstieg und auch, das kommt ja meistens dann auch von Herzen, ja, also Angehörige machen sich dann wirklich Sorgen, als wenn man jemanden beschimpft oder beispielsweise sagt, so hey, ich glaube, du bist dumm, weil, ja, das, was du glaubst, das widerspricht einfach grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie haben es gerade schon angesprochen, ein Tipp wäre ein Gesprächsangebot. Haben Sie da noch mehr Tipps, wie man mit Personen umgeht, die solchen Theorien, Mythen folgen? Na ja, wichtig ist es, wenn beispielsweise in einer Gruppe von Menschen oder im Kreis der Familie jemand Verschwörungsmythen verbreitet. Das erste Mal, wenn man so etwas hört, sollte man sofort einschreiten, sofort zumindest sagen, hey, ich bin nicht deiner Meinung, weil das ja auch ein Signal an die stillen Zuhörer oder Mitleser ist, ja, wenn wir jetzt von WhatsApp-Gruppen beispielsweise sprechen. Und wichtig kann auch sein, wenn man mit jemandem zu tun hat in der Familie, einen engen Freund, dann auch mal zu fragen, so hey, wie geht's dir eigentlich? Weil, na ja, manchmal können auch tiefer liegende Probleme die Ursache sein, warum es so attraktiv ist, sich in solche Fantasiewelten zu flüchten. Und manchmal kann es sein, wenn man dieses Problem eben angeht, dass es auch, ja, also diese Verschwörungsmythen dann auch weniger attraktiv sind. Wie sollte denn Ihrer Meinung nach die Politik mit den Demonstranten in der Corona-Pandemie umgehen? Ja, ich fand es ehrlich gesagt verstörend zu sehen, dass es da auch Gesprächsangebote aus der Politik gab, weil ich mich einfach zurückerinnert habe an zahlreiche Demonstrationen im letzten Jahr, wo es eben dieses Gesprächsangebot nicht gab. Also beispielsweise bei Klimaprotesten, bei Protesten gegen das Sterben im Mittelmeer. Und da muss man einfach sagen, da waren viel mehr Menschen auf der Straße und da war weniger eine ausgestreckte Hand aus der Politik bei einigen Parteien dann zu sehen. Was ich mir wünschen würde, ist vor allem, dass man das als Phänomen ernst nimmt, aber nicht unbedingt die Akteure dann auf eine Ebene mit seriösen Wissenschaftlern stellt. Ich glaube, wir wären nicht gut beraten, wenn wir mitten in einer Pandemie plötzlich die Meinung von jemandem, der sich vor drei Wochen noch mit einem vollkommen anderen Thema beschäftigt hat, auf eine Stufe stellen mit jemandem, der ein seriöser, international anerkannte Virologe ist. Und da geht mein Appell natürlich auch an die Medien. Ich halte es nicht für sinnvoll, beispielsweise Homestories von überzeugten Antisemiten zu machen, auch wenn Verschwörungsmythen für viele Leute unterhaltsam sind. Sie sind eben überhaupt nicht witzig, wenn man sich anschaut, was die Folgen sind. Und die Folgen sind halt eben auch Hetze und Hass gegen einzelne Gruppen, gegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und auch wir als Autoren bekommen von Verschwörungsideologen und Verschwörungsgläubigen Drogen bis hin zu Morddrohungen. Zum Schluss noch eine Frage. Losgelöst von der Pandemie-Situation, was sollte die Politik generell gegen Verschwörungsmythen tun? Was wir brauchen, ist vor allem ein großes Bildungspaket. Das Thema muss in den Schulen auf den Lehrplan gesetzt werden. Wenn Jugendliche beispielsweise innerhalb einer Unterrichtsreihe einmal durchspielen, wie baue ich eine Verschwörungserzählung, was sind Elemente, die wichtig sind, was macht das psychologisch mit uns? Und welche Rolle hat das auch beispielsweise in der NS-Zeit bei der Nazi-Propaganda gespielt? Dann kann man das eher einsortieren, bewerten und hat auch sozusagen ein Frühwarnsystem, wenn man darüber stößt. Was ich mir auch wünschen würde, wäre mehr Geld für Beratungsstellen. Also momentan ist es so, dass viele Angehörige verzweifelt sind. Es gibt momentan keine spezialisierten psychologischen Angebote für Angehörige von Verschwörungsgläubigen. Und die bräuchte es aus meiner Sicht. Es gibt die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Es gibt die Sektenberatungsstellen, die leisten gerade großartige Arbeit, aber auch die sind eben unterfinanziert. Frau Nockun, herzlichen Dank für das interessante Interview und vor allen Dingen für Ihre wichtige Arbeit. Dankeschön. Mehr Informationen zu Verschwörungstheorien und Fake News erhalten Sie auf cdu.de. Auf Wiedersehen.